Mein Name ist Sabine Baumann-Gassner, ich bin Gebietsleiterin bei der Allianz im Vertrieb in Wien. Zu meinem Vertriebsgebiet gehören vier Kundencenter und der Bereich Innendienstorganisation. Es sind hier 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst und sechs Mitarbeiterinnen im Innendienst tätig. Ich habe Betriebswirtschaft studiert auf der WU in Wien mit den Schwerpunkten Organisation und Marketing und bin im Jahre 2000 zur Allianz gekommen. Ich habe dann im Jahr 2005 das Potenzialprogramm für Nachwuchsführungskräfte gemacht, habe dann nach Abschluss dieses Programms im Jahre 2006 auch die Möglichkeit bekommen, als Führungskraft tätig zu sein. Ich bin damals ins Allianz Kundenservice gewechselt und dann ist so das Interesse gewachsen, selber im Vertrieb tätig zu sein und habe dann im Jahre 2014 die Möglichkeit gehabt, ein Vertriebsgebiet in Wien zu übernehmen, wo ich jetzt als Gebietsleiterin tätig bin. Das Spannende an meiner Tätigkeit ist, es ist kein Tag wie der andere. Es gibt keine Routine, es gibt keinen typischen Arbeitsalltag. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen, neue Themen. Was mir besonders gut gefällt am Vertrieb ist das Unmittelbare. Also man sieht unmittelbar den Erfolg. Ich kriege jeden Montag in der Früh die Zahlen, was ist letzte Woche passiert, wo liegt mein Vertriebsgebiet im Österreich-Ranking. Besonders gut an meinem Bereich gefällt mir, dass ich Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern habe, beispielsweise aus China, von den Philippinen, aus Ägypten, aus Rumänien, aus Polen und dass wir so die Kunden in ihrer Muttersprache servicieren können. Die Philosophie der Allianz ist, wir sind eine Berufsallianz auf Augenhöhe. Das heißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Unternehmensbereichen, unterschiedlicher hierarchischer Ebenen arbeiten teamorientiert zusammen. Uns ist wichtig, dass wir eine Allianz mit Weitblick sind. Das heißt, die Allianz gibt es seit über 150 Jahren und wird es auch in 150 Jahren noch geben. Was dazu auch gehört, ist, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern langfristige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Allianz ist eine starke Marke, eine Marke mit Strahlkraft. Wir arbeiten mit den modernsten Prozessen der Branche, die es uns ermöglichen, sehr schnell und sehr effizient zu agieren, um letztendlich mehr Zeit für den Kunden zu haben.